Hier, nimm das! Ha! 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 Wau! 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 Ha! Bam! 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 Oh, Leute! Da seid ihr ja schon wieder. Och, Mann. Okay, olden Freunde, heute gehen wir in den nächsten... In den nächsten Dungeon heißt, wir haben eine neue Mission. Und zwar... die Hawkblock-Hallen. Oh. Interessant auf jeden Fall. Da gehen wir mal gucken. Oh, da sehen wir auch schon. Eine coole Statue vom Erz-Villager. Äh, Illager. Mit einem Enderdrachen. Uh, treffen wir hier endlich auf einen Drachen. Obwohl, der Böser, der wird ja auch noch fehlen. Heißen-Golem. Ja, hätten wir. Den Witzel-Golem. Glaces gab's noch nicht. Bin ich mal gespannt. Du hast es bis zum abstoßenden Anwesen des Erz-Villagers geschafft. Rohr-Koch-Block. In inneren Wildnässen so vor Soldaten und Hexern. Also haltet eine Klinge bereit. Bleibt stets auf der Hut. Finde den großen Tonzahlen und stelle den Erz-Illager. Sind das da nur Wachen oder sind das schon Gegner? Äh... Oh. Wollte ich gar nicht. Man kann bei Einstellungen auch. Audio. Ach, ich hab schon alles auf Maximum. Sonst hätte ich hier... Äh... Oh. Ne, Sprache gibt's hier gar nicht. Sonst hätte ich äh... den Sound dieser Frau, die das hier vom Erzähler lauter gestellt. Aber geht leider nicht lauter. Okay, Leute. Dann wollen wir mal hier gucken, wie stark die Monster hier sind. Okay. Das sind nur Statuen. Okay. Da hab ich jetzt echt mit mehr gerechnet. Oh. Da sind sie ja schon hier. Die Kleinen. Die Kleinen. Ich bin da unten schon wieder. Na, ein bisschen ist das Spiel tatsächlich noch verpackt. Oh Gott. Da ist ein Dings. Der muss aber jetzt erstmal als erstes weg. Auf jeden Fall. Ja, Leute. Leute. Ich hab... Ich hab Zeit für alle von euch, ja? Ja. Ja, bitteschön. Oh. Oh, da haben wir schon mal eine Wache mit einem Schild. Erste Wache. Komm, da hinten kommt das TNT einfach hin. Treff ich jemanden? Tatsächlich ja. Hier ist eine Druckplatte. Oh. Ne, doch nicht. Oh. 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 Leute. Ich hab hier eine Karte. Level freigeschaltet. Kellergeschoss. Oh. Wir haben noch einen Dungeon vor dem Endboss freigeschaltet. Das ist natürlich sehr nice, würde ich sagen. Oh, der hat sein Schild verloren. Cool. Boah. Also, das... Da find ich ja jetzt grad echt mega. Cool. Das war jetzt wirklich zufällig. So. Ich dachte nur so, hä? Warte mal. Stand da gerade öffnen? Weil die Druckplatte, die war halt schon irgendwie auffällig, ja? Aber die hat ja nichts gemacht. Das ist so... Okay. Ja, gut. Dann geh ich wieder. Dann hab ich gesehen. Hä? Ah. Oh, warte. Ich muss da nochmal hin. Ah. So. Dann hat sich das geöffnet einfach. Ich hasse es nicht. So. Gü, 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 gü. Weg mit euch. Danke. Erstmal den großen da weg. Und danach die kleinen Viecher hier. Der Bogenschütze versucht mich irgendwie abzuknallen. Aber... naja, ne? Herr Burge. Herr Burge. Was machen sie da nur? Wisst ihr was? Hier ist... Wie viele Geheimnisse gibt's hier? Oh, Geheimnisse hab ich schon alle. Okay, dann fehlen nur noch die Truhen. Das ist sehr gut zu wissen. Ja. Bam, 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 bam. Du auch? Komm hier. Super. Und weg mit dir. Äh... Achso, ich muss da unten her. Sogar. Warte, dann mach ich euch aber hier noch weg. Oder ich geh da gleich hin und geh erstmal hier oben gucken. Aber eigentlich hab ich ja jetzt schon alles. Es gibt hier sogar zwei Dungeons. Das könnte natürlich auch möglich sein. So. Bam, bam. Du auch weg. Ach, ich mach... Leute, ich weiß, ich weiß. Ich hab so oft gesagt, ich liebe dieses Spiel irgendwie. Und ich kann's nur wiederholen. Ich liebe dieses Spiel wirklich sehr. Es macht mir mega Spaß. Ich weiß auch nicht, wie das sein kann. Weil ich war am Anfang echt komplett nicht wirklich gehypt. Weil das Spiel nicht so gut, also... Weiß ich nicht. Weil ich mir hier eigentlich alles nur schlechter erwartet habe, ja? Dass es mir überhaupt keinen Spaß machen wird. Aber es macht mir echt Spaß. Es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Komischerweise. Das ist mein erstes Spiel mit so einer komischen Ansicht hier. Mit Vogelperspektive. Diablo oder sowas habe ich halt nie gespielt. Nie gespielt. Und wollte ja auch nie spielen, wenn ja ich bin. Oh. Äh. Hallo, Herr Erzwilliter. Was passiert? Okay. Weiß nicht, wieso ich das jetzt gemacht habe. Aber naja. Es gibt Schlimmeres, Leute. Es gibt Schlimmeres. Oh, jetzt muss ich erst mal hier hoch. So, weich jetzt von mir. Oh, da kann ich gar nicht runterspringen. Ja, ja. Komm, komm. Lass mich mal hier. Danke. Da ist noch einer. Oh. Da, 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 da. Äh. X einmal. Danke. Dann bin ich einmal schnell. Da war ein Apfel außerdem. Oh, hab ich den gegessen? Ich glaube schon. So. Oh, Gott. Gottes wehe. Schaffe ich das? Ja, schaffe ich doch locker, oder? Super. Da haben wir noch einen Apfel. Super. Guck mal, muss ich mich gar nicht heilen. So. Oh, Gott. Magier. Bam. Ha, 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 ha. Mega gut. Mega gut bin ich. So, hallo. Das reicht jetzt ja auch, ja? Ihr habt mir genug Pfeile in den Rücken geschossen. Alter, da kommen ja immer noch welche hier. Bam. mein Gott, ey. Kurz und schmerzlos, ey. So, weg mit dir. Super. Wassers? Alter, nicht mal irgendwie eine Kiste? Dankeschön, Spiel. Danke. Ich hab mir echt Mühe gegeben, gegen diese Viecher da zu kämpfen. Ohne dieses TNT hier. Oh, falscher Knopf. So, da. Und das TNT. Ich brauch das nicht. Ich komm gleich. Ich komm gleich wieder. Erstmal muss ich hier oben alles abstecken. Okay, hier ist aber tatsächlich gar nichts. Gar nichts. Oh, da ist aber jemand. Hallo. Bam. Weg mit dir. Okay. So. Sowas hier mit diesem versteckten Schalter da wie beim Schild, das hätte ich mir hier vielleicht für den ganzen Dungeon gewünscht. Dass, äh, dass so eine Art Labyrinth ist, wirklich. Dass man irgendwie seinen Weg selber finden muss. Durch die Knöpfe und sowas. Das wäre ein typisches, äh, hier. Also, leuchtet, achso, von draußen. Kannst du nochmal blitzen? Ich würde das gerne sehen, wie es da oben aussieht. Ah, okay. Wird einfach komplett weiß. Oh, jetzt sind wir draußen auf dem Marktplatz und wir haben Schlüsse. Okay. Oh. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich überhaupt hin muss. Bam. Komm mal, mit Schlüsse. Wir, wir finden schon einen Weg. Oh. Du kommst aber weg. Okay, da nicht. Wo muss der denn? Hier ist auch noch ein Dings. Machen wir hier mal Dings. So. Bleib mal hier, Schlüssel. Wo wissen du? Wo ist mein Schlüssel? Da ist mein Schlüssel. Oh, mein Schlüssel läuft wieder weg. Das ist natürlich nicht abgemacht worden. Äh, oh, hier haben wir noch mal hier. In dem Fall hau ich auch mal hier eben alles. Oh. Haben wir es bald? Oder? Hier. Tada. So, und jetzt, und jetzt komme ich zu euch hier. Jetzt besiege ich euch. Weg. Weg mit euch. Äh, was habe ich vorhin gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Habt schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, es ist ja echt schön. Also, ach ja, stimmt, ich habe dieses Spiel gelobt. Genau, da war ja was. Da war ja was. Ja, das Spiel macht echt mega Spaß. Keine Ahnung, hätte ich echt nie mit gerechnet. Wirklich nicht. So. So. Heute ist ja der vierte, ne? Gleich schaue ich erstmal den ganzen Tag Tote Mädchen lügen nicht. Staffel vier. Sind diesmal nur zehn Folgen. Das heißt, die schaffe ich tatsächlich an einem Tag. Also, ne? Wir haben gerade sie, äh, acht Uhr. Um neun Uhr wird es ja freigeschaltet, glaube ich. Vielleicht auch schon früher da. Mal schauen, mal schauen. Hab ich hier alles? Ist auch ein Dungeon. Oder war es der Dungeon, den wir freigeschaltet haben? Nee. Ach nee. Nee, ich glaube von da sind wir gekommen, ne? Sind wir von da gekommen? Äh. Nee? Ich weiß es nicht. Also, ich gehe jetzt erstmal hier oben her. Das ist auf jeden Fall nochmal so ein Schild. Vielleicht macht das was? Nee? Hey, wo ist denn der Dungeon? Hab ich doch ein Dungeon-Symbol gesehen. Wir sind schon wieder zu weit. Hier irgendwo. Hä? Ach, der Brunnen? Ah! Oh Gott. Oh nein. Oh, den, den kennen wir ja schon hier. Bam. Den haben wir aber. Oh Gott, ey. Oh, der nervigste Magier, den es wirklich gibt. Wirklich. Der ist so ekelhaft nervig. So, du gibst mir eine Feuerwerksfahrt. Oh, ein besserer? Aber das ist ja cool. Oh, warte, da ist noch eine Spinne. Würde ich nur ganz gerne wegmachen. Dann können wir mal eben gucken. 33. Hä? Was ist die denn besser? Ich hab hier 7, 35. 2,22 macht die und die macht? Hä, was ist denn mit der besser? Also, ist doch schlechter. Oder hab ich noch eine andere bekommen? Ne. Wow. Wow. Ich wurde hier, warte, was hab ich denn für eine Rüstung? 37. Okay, 37 ist in Ordnung. Gut. Äh, wieso, zeigt mir mein Fall eigentlich nach da hinten an. Hätte ich hier unten eh hergehen müssen? Kann das sein? Das kann natürlich sein. Aber wieso? Eigentlich musste ich ja hier nicht rein. Naja, egal. Wir gehen mal gucken. So, ihr könnt ruhig hier euer Gift hier rumschießen. So, weg mit euch. Aber da waren auch noch welche, ne? Genau. Wir haben auch noch hier stand doch irgendwas. Feuerpfeil oder so. Ne, okay. Dann nicht. Dann nicht. Oh, Scheiter, hier, Hebel. Und wo sind wir jetzt? Ah, jetzt sind wir hier hinten. Okay. Oder gehe ich aber gleich nochmal zurück? Was haben die denn da alle auf? Ist das ne? Ist das ne? Ist das ne Kochmütze? Oh Gott ey. Als ob. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Wärts noch mega lustig, wenn die Bratpfannen in der Hand hätten. Was haben sie in der Hand? Ist das Bratpfannen? Das sind sind jetzt solche Kochkehlen? Keine Ahnung. Kann sein. Cool. Cool. Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal vom Anfang aus gehen. Das war glaube ich hier hinten, oder? Ja, hier ist das Tor aufgemacht worden. Okay, gut. Dann gehen wir hier mal durch. Äh. Ja, okay, ne? Obwohl, warte, da hinten ist noch ein Gang, den wir noch nicht haben. Den hier. Hier ist aber nichts. Okay, gut. Sehr schön. Dann machen wir mal hier die Tische kaputt. Ah, ah, ah. ist ein bisschen zu zu leicht zum kaputt machen. Äh, wir gehen aber noch den Weg hier unten lang. Hier ist nämlich ganz, ganz viel. Nicht, nicht, ah. Oh, da sind Dingsis. So, erstmal, den Magier, also, den muss man echt besiegen, weil die sind echt am schlimmsten. So. Hab ich doch gut gemacht, oder? Oh, hier ist nämlich nur einer. Oh, nein. Warte. So, gut, hier ist weg. Oh Gott, da ist nur einer. Auch weg. Puh, 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 puh. Ah ja, stimmt, tote Mädchen lügen nicht, ne? Also, guck ich gleich auf jeden Fall alles. Äh, die letzte Staffel, zehn Folgen Und heute Nacht dann, also um 22 Uhr, dann auch noch, äh, ne? Dings. Ich hab den Namen vergessen, Leute. Äh, von Playstation, die Präsentation. Genau, das war's. Das war's. Und gestern war ja, äh, hier Pokémon, der Livestream. Ne, vorgestern. Ne, doch. Vorgestern, vorgestern war der. Äh, den hab ich natürlich auch gestattet, aber dafür gibt's, davon, gibt's mehr im Animal Crossing Part. Von gestern. Genau. Dü, 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 dü. Hallo. Kann er nur einen Schlag abfangen? Also, ich find das in Ordnung. Äh, ein Schlag reicht auch schon, meiner Meinung nach. Oh, da hab ich aber geflogen. Da bin ich geflogen. Weg damit. So, wo sind die Kisten? Ich komm schon, Leute. Oh. Ihr seid aber viele hier. Naja. Wir können ja auch X machen, ne? Achso, der ist schon weg. Sehr gut. Sehr gut. Dann, wollen wir mal hier weitergehen. Okay. Ach komm. Ach, oh. So viele Pfeile hab ich gar nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt mit Pfeilen herum swam, aber ich hab nicht allzu viele. Da sind mal wieder welche. Das ist natürlich sehr schön. Aber ist immer noch wenig. Ist immer noch wenig. Ja, die sind weg. Hier war noch einer. Ich meine, ich find's echt lustig, wie ich manche nur mit einem Schlag so einfach weghaufe. Und was war's dann? Oh. Oh. Ein Elite-Bogen. Okay. Äh. Hilfe. Wuh. Ich bin runtergepumpst. Oh Gott. Da ist ja noch was. Äh. Leute. Oh Gott. Da mach ich das so. Leute. Muss ich jetzt hier wirklich den Bogen benutzen. Und da auch. Ups. Oh. Aua. 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 Da muss ich kurz warten hier, bis ich vollgeheilt bin. So. La 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 la. So. Den kann ich auch. Das ist auf jeden Fall noch die Rüstung, die ich ganz gern haben möchte. Aber wir warten noch kurz. Obwohl. Ach. Das sind jetzt die Treppen. Oh. Ich will trotzdem noch eben warten. Eben kurz warten. So. Jetzt. Und jetzt schnell dahin. Schnappen. Und bam. Weg damit. Weg. Da. Haha. Ihr habt mich nicht kommen sehen, ne? Haha. Ich wusste es. Du aber. Du hast mich kommen gesehen. Du auch. Ist nicht gut. Nicht gut. Okay. Hier ist nichts. Gut. Eigentlich sind wir nicht gestorben. Das ist nämlich wichtig. Sind wir gestorben? Ach. Wir sind runtergefallen. Zählt ja nicht als tot, glaube ich. Hoffe ich. Und dann wollen wir mal hier weitergehen. Haben wir irgendwas übersehen eigentlich? Ne. Ne. Sieht nicht. Sieht zumindest nicht danach aus. Was? Da. Da haben wir den. Ja, ja. Vorstelle nur einen Schlag. Ja. Der will, dass wir nach da oben gehen. Hier gibt es nochmal Vorräte. Das ist super. 166 Pfeile ist nicht ganz so viel, aber ich meine, komm. Oh. So. Der ist weg. So. Bitteschön. Oh Gott. Er hat überlebt. Okay. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Stell dir den Erz-Initer. Okay. Wo ist der denn? Oh. Ich bin in eine Falle gegangen. Ist natürlich nicht ganz so schön. Komm ich da hoch? Ne. Du, 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 du. Ach, da ist er. Hallo, Erz-Initer. Äh. Was macht... Oh Gott. Ich hab nicht aufgepasst, was die da jetzt machen. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Äh. Ja. Gut. So. Ich kann natürlich auch hier so herumspielen erstmal. Oh Gott. Vollkommen daneben. Äh. Ne. Junge. Ach. Also was kommt. Ich meine. Ich meine. Ich meine, ihr macht das echt gut, die Arbeit hier. Wirklich. Wirklich, Jungs. Ihr seid fantastisch. Oder kommt... Oh Gott. Da ist ein Dings. Magier war da. Oh Gott. Ich muss mal ganz kurz hier schnell weg. So. Den können wir so nehmen. Oh oh. Da ist Magier bei. Äh. Den würde ich eigentlich ganz gerne mal eben hier unterstellen. Wo ist denn der? Hier. Weg damit. Weg damit. So. Oh. Oh. Pfeile. Nice. Die nehm ich mir. Die nehm ich. Ach, da ist noch einer. So. Und da oben auch. Hey, wo ist der Erz-Wild-Teil? Mann. Da passt man einmal nicht auf, Leute. Da passt man einmal nicht auf. Und dann so ein Drama hier schon wieder. Äh. Leute. Hier. Könnt mal wegfliegen, ey. Oh Gott. Aua. Du böses Ding. Du. So. Oh. Da war noch was. War's das? Hallo? Also ich hab hier noch Bossmusik. Ach da. So. Jetzt aber. Ach so. Ne. Ne. War noch nie alles. Okay. Ich meine einzeln. Das klappt noch hier relativ gut. Die haben sich grad gefragt, wo ich bin. Ah, da ist noch jemand. Zwei. Die hab ich auch. Oh. Magier. 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 Oh Gott. Hä? Was ist los? Mein Controller war kaputt. Weiß auch nicht, was passiert ist. So. Oh. Äh. Äh. Oh nein. Ich wollte äh. Oh Gott. Da hab ich Glück gehabt. Da hab ich aber wirklich Glück gehabt. Magier. Geh weg. Oh Gott ey. Das ist hier. Das war jetzt grad schon wieder bisschen knapp. Weil irgendwie konnte ich mich nicht mehr bewegen. Als ob hier eine Spinne irgendwo gewesen wär. Aber hier ist natürlich keine Spinne. Hoff ich mal. So. Oh Gott. Es kommen noch mehr. Oder was? Das ist ja hier ein Witz. Naja. Naja. So. Den nehm ich mal hier. So. Oh Gott. So. Oh Gott. Da ist, da ist wieder ne Hexe. Äh. Bam. Oh Gott. L. Hui. Und nochmal. Hier. Und bam. Und bam. Super. Du gehst weg. Ja war's das? Oh Gott. Da sind ja nur welche. So. Du bist jetzt aber auch hier weg, oder? Komm. Mach mal nicht diesen. Alla. Oh. Ich hasse diesen jungen Slam. Mach mal nicht diesen. So. Oh Gott. Mein Gott ey. Wofür kommt denn hier noch ey? Oh Gott. Ich kann mich nicht bewegen. Hallo. Danke. Bam. Wo ist der? Wo ist diese Kartoffel? Wo ist der Magier? Da hinten. Oh Gott. Kacke. Ey. Da. Weg. 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 Und. Nehm. So. Super. 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 Hier. Einfach. Einfach. Hier. Schießen. 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 So. Haben wir hier nur einen? Und das war's. Oh cool. Wie? Krieg ich hier keine Belohnung dafür? Ich fand das schon ein bisschen anstrengend, Leute. Schon ein bisschen. Aber okay. Okay. Verlassen. Sieg. Nice. Er fliegt zum Befestigungswall. Lass jetzt nicht nachhält. Er darf nicht entkommen. Ja, cool. Es war natürlich jetzt gerade nochmal knapp. Manchmal. Aber ich finde, wir haben es eigentlich relativ gut gemacht. Generell. Ich finde es schön, dass das Spiel so viel Spaß macht. 99 Prozent. Da hat wohl einer gefehlt. Aber schon der eine, der im Boden gebackt hat, Leute. Der eine, der im Boden gebackt hat. Ich kann... Ich werde es nicht mehr vergessen. Mann. Mann, 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 Mann. Dann gehen wir morgen auf jeden Fall... ...nicht zum Obsidian-Gipfel. Das scheint nämlich das Finale zu sein. Sondern wir gehen morgen erstmal in das Kellergeschoss. Da bin ich mal gespannt. Äh, geheimer Dungeon hier. Cool. Mega cool. Äh, dann weiß ich auf jeden Fall, dass es hier auch noch einen Dungeon geben soll. Irgendwo hier. Und Rest müsste ich dann wahrscheinlich nochmal nachgucken. Das heißt, nochmal nachgucken. Ich habe es noch nicht mal einmal nachgeguckt. Nur ich weiß... Äh, bei Zombiel. Zombiel hat nämlich ein Video hochgeladen, wo er... Äh... Ich glaube, die Feuerschmiede gemacht hat. Und da habe ich auf der Karte gesehen, dass es hier noch einen geheimen Dungeon gibt. Genau. Erzhafen hatte er noch gar nicht. Fand ich auch cool. So, genau, Leute. Ne? Dann sehen wir uns morgen wieder. Oder nachher zu Anime-Kurz... Ach, ne. Heute kommt kein Anime-Kurz. Äh, ne? Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Euer Kamito. Haut rein. Und ciao. Ciao.